Ich glaube, es gab schon ewig kein Buch mehr, auf dessen Erscheinungstermin ich so sehr gewartet habe, wie auf dieses. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch bei meinem neuen Video wieder mit dabei seid. Wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, sprechen wir heute über ein Buch, das ich jetzt im Februar gelesen habe und mit dem ich super gerne mit euch diskutieren möchte, weil ich genau weiß, dass es viele von euch auch gelesen haben. Ich spreche natürlich von Save Me von Mona Kasten. Save Me ist im Lyx-Verlag erschienen und hat ganze 416 Seiten. Das Ganze ist der erste Teil einer Triologie, die nennt sich die Maxton Hall Trilogie. Die Taschenbuchausgabe werdet ihr für 12,90 Euro bei eurer Buchhandlung eures Herzens bekommen können. Das E-Book gibt es für 9,99 Euro und das Hörbuch für 16,90 Euro. Und für alle, die nicht genug von James und Ruby bekommen können, die beiden Folgebände werden noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Aber worum geht es jetzt in dem Buch? In Save Me haben wir zwei Hauptprotagonisten. Das wäre zu einem Ruby Bell und zum anderen den männlichen Part. Das wäre James Beaufort. Ich gehe mal davon aus, dass es Beaufort oder Beaufort genannt wird. Wer es weiß, darf es mir gerne sagen. Ruby kommt aus einer Familie, die nicht ganz so viel Geld hat. Sie lebt in einem kleinen Vorort und ihr Vater ist durch einen Unfall leider an den Rollstuhl gefesselt. Aber dennoch hat es Ruby geschafft, sich ein Stipendium für das Maxton Hall College zu sichern. Das war natürlich nicht so einfach und deshalb gibt sie jetzt richtig Gas. Denn ihr größter Traum ist es, einmal in Oxford zu studieren. Und da sie einfach nicht aus so gehobenen Verhältnissen kommt, steht das Ganze erstmal nicht unter so einem guten Stern. Und sie muss sich quasi doppelt den Arsch aufreißen, im Gegensatz zu Leuten, die einfach Geld haben. Und genau so jemand ist James. James kommt aus einer Familie, in der Geld eigentlich ohne Ende vorhanden ist. Nennen wir es einfach mal so. Seiner Familie gehört eine sehr, sehr große Firma. Es ist ein Herrenausstatter, den wirklich die Lords und Ladies von England auch nutzen. Dementsprechend hat es James nie an etwas gemangelt. Und dass er am Maxford College angenommen wurde, war ihm quasi in die Wiege gelegt. Als Ruby dann eines Tages etwas sieht, was sie besser hätte nicht sehen sollen, kollidieren ihre beiden Welten und nichts ist irgendwie mehr so, wie es vorher war, weil plötzlich jeder ihren Namen kennt. Eben weil Ruby mit dieser ganzen High Society, nenne ich es jetzt einfach mal, nichts zu tun haben möchte, trennt sie Schule und Familie auch wirklich ganz strikt. Sie nimmt ihre Familie nicht mit zur Schule und sie nimmt auch keine Freunde mit nach Hause. Sie möchte nichts mit den Leuten zu tun haben. Sie möchte wirklich nicht auffallen. Sie möchte es einfach nur schaffen, unbeschadet aus dem College rauszukommen. So nehmen die Dinge ihren Lauf und die beiden kommen sich ein bisschen näher. Allzu viel möchte ich euch natürlich jetzt nicht verraten. Ihr sollt das Buch ja auch selbst lesen und euch selbst ein Bild von den beiden machen. Aber ich möchte natürlich meine persönliche Meinung gerne noch mit euch teilen. An Save Me bin ich wirklich komplett ohne Vorkenntnisse gegangen, weil ich einfach noch nie ein Buch von Mona Kasten gelesen hatte. Aber der Schreibstil zum ersten hat mich sehr überrascht. Es war einfach locker zu lesen. Ich bin wirklich von Seite zu Seite geflogen. Es war flüssig, es war angenehm. Es war einfach so, als ob eine Freundin mir das einfach so bei Kaffee und Kuchen erzählt hätte. Kommen wir jetzt zur Story des Ganzen, beziehungsweise meiner Meinung zur Story. Ich habe dem Ganzen wirklich sehr entgegengefiebert, weil mich dieses Kontrast zwischen reich und arm oder reich und weniger reich, nennen sie es mal so, wirklich interessiert hat, wie das Ganze umgesetzt wird. Ruby fand ich von Anfang an super sympathisch. Mit ihrem Bullet Journal und ihren ganzen kleinen Macken, die man so nach und nach mitbekommen hat, ist sie mir so ans Herz gewachsen, weil sie einfach auch so ein bisschen zwanghaft ist. Und wenn ihr mich kennt, ich bin auch so ein zwanghafter Mensch. Also ich muss jetzt nicht meine Stifte akkurat auf den Tisch legen. Aber sie müssen schon so ein bisschen in einer Reihe sein. Und gerade an der Stelle musste ich dann wirklich sehr, sehr lachen, weil sie mich einfach gerade da und auch in anderen Situationen so an mich erinnert hat. Und mit meinen blöden Zwängen, nenne ich es jetzt einfach mal. James ist mir am Anfang nicht ganz so sympathisch gewesen. Da dachte ich mir auch, hm, okay, er ist so der Checker. Er hält sich für den König der Schule. Mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und im Verlauf des Buches hat es sich natürlich auch noch entwickelt. Und er ist mir eigentlich von Seite zu Seite sympathischer geworden. Da das Buch ja auch aus der Sicht von Ruby und James geschrieben ist. Also da kommt dann ein Kapitel, in dem Ruby ihre Sichtweise erzählt. Und quasi im nächsten Kapitel erzählt James die Story weiter. Aber aus seiner Sichtweise, also da ist die ganze Zeit so ein Wechsel. Dadurch kriegt man auch schön eine Einsicht in beider Gedanken, sage ich jetzt einfach mal. Und das fand ich einfach schön zu sehen, über was sich Ruby Gedanken macht und über was sich James Gedanken macht. Und dass das manchmal so unterschiedlich und manchmal doch so gleich war. Gegen Ende des Buchs hat mich die Mona Carsten doch das ein oder andere Mal ein bisschen kalt erwischt. Da kamen dann wirklich Sachen, mit denen ich absolut nicht gerechnet hatte. Aber die mir das Buch eigentlich noch näher gebracht haben und es mir noch besser gefallen hat. Was mir auch gut gefallen hat, waren die ganzen Nebencharaktere. Die hat Mona Carsten wirklich super schön ausgearbeitet. Da hat jeder so für sich seine kleine Story, die nach und nach auch noch ein bisschen aufgearbeitet wird. Und bei dem einen oder anderen bin ich noch ziemlich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Was mich allerdings sehr, sehr, sehr gestört hat, vielleicht auch wegen meinen Zwängen oder vielleicht wegen meinem Hang zum Happy End oder zu einer abgeschlossenen Geschichte. Das Ganze endet mit einem Cliffhanger. Und ich finde es einfach so furchtbar, weil ich jetzt hier sitze, nicht weiß, wie es weitergeht und jetzt noch bis Mitte des Jahres warten muss, bis es weitergeht. Aber für alle, denen es genauso geht, ich kann ein bisschen Entwarnung geben. Ihr müsst jetzt nicht noch Jahre darauf warten. Denn das zweite Buch, ich muss jetzt mal kurz ablesen, das heißt Save You, das erscheint am 25. Mai diesen Jahres. Und das dritte, Save Us, erscheint am 31. August diesen Jahres. Also so lang ist es gar nicht mehr. In der Zeit werden noch viele tolle Bücher kommen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Man sitzt jetzt hier, hat das Buch beendet und denkt dann, hm, okay, ich wüsste gerne jetzt, wie es weitergeht. Was mir natürlich auch super gut gefällt, ist das Cover. Ich bin ja so ein Cover-Opfer, wie ich euch schon erzählt habe. Und das ist in so einem richtig schönen Gold gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Ich muss es Richtung Fenster drehen. Das schimmert. Das schimmert schön. Cover-Opfer. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings. Und auch wenn das Thema reich-arm mich wirklich fasziniert hat und ich gespannt war, wie sie das Ganze umsetzt, habe ich doch gedacht, es sind so ein paar richtige Klischees dabei. Zum Beispiel, dass die reicheren Kinder, Jugendlichen da dann auf der Party ständig Alkohol trinken, sich nicht so an Regeln halten, das Ganze auch so ein bisschen raushängen lassen, dass ihnen und ihren Eltern die Welt gehört. Es waren ziemlich viele Klischees, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es in den Folgebänden weitergeht. Gerade wegen den ganzen Nebengeschichten, die noch die einzelnen Charaktere haben, gehe ich mal davon aus, dass der ein oder andere vielleicht auch noch eine kleinere oder vielleicht auch eine etwas größere Entwicklung wie Chains zum Beispiel jetzt schon im ersten Teil mitmachen wird. Alles in allem möchte ich sagen, dass mir das Buch wirklich sehr gut gefallen hat. Da ich ja noch keinen Bücher von ihr kannte, habe ich mich da mal komplett überraschen lassen. War wirklich positiv überrascht, weil ich normalerweise nicht so der Mensch bin, der sich jetzt nur auf diese gehypten Bücher stürzt. Aber es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen und ich freue mich auch schon, wenn der nächste Teil rauskommt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020